Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder soweit und ich möchte gerne eine weitere Publikation vorstellen, die ich vor ein paar Jahren herausgegeben habe. Es geht diesmal um ein Sammelband und zwar um dieses hier Wissensökonomie und Digitalisierung Geschichte und Perspektiven. Das Buch ist damals an der Technischen Universität Chemnitz entstanden, basiert zum Teil, zumindest zum Teil, auf einer Tagung. Die grundsätzliche Frage, die wir während der Tagen diskutiert hatten, war nämlich, wie ist die Digitalisierung in der Geschichte der wissensbasierten Wirtschaft einzuordnen. Es gibt da nämlich einen Widerspruch und der hatte mich interessiert. Ende des 19. Jahrhunderts in den 1870er Jahren kam es zu etwas, was man wahlweise zweite wirtschaftliche Revolution, das ist die Formulierung von Douglas North, oder zweite Industrielle Revolution nennt. Das ist vermutlich der populärere Begriff. Und der meint, dass Wissen, Forschung in den industriellen Produktionsprozess Einzug gehalten hat. Relativ viele Unternehmen, die wir heute kennen, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, wobei man das 19. Jahrhundert, wenn man ehrlich ist, 1914 mit dem Ersten Weltkrieg enden lässt. Coca-Cola, die amerikanischen Fortwerke, BASF, Dr. Oetker, Siemens. Die Liste ist ziemlich lang. Auch französische Luxusgüter sind damals entstanden. Also Pré-Germain beispielsweise, Vorläufer der späteren Obart sind auch in den 1870er Jahren in Frankreich entstanden. Das heißt, Wissen, Forschung war schon damals Teil des Produktionsprozesses. Das ist wichtig, weil man ja so tut, als wäre ihre Wissensgesellschaft, also wissenspositive Wirtschaft, ein Phänomen der Gegenwart. Wenn aber schon Ende des 19. Jahrhunderts im Prinzip wirklich systematische wissenschaftliche Forschung Grundlage späterer Produkte war, was ist dann die Wissensgesellschaft? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die damit verbunden ist, was ändert denn die digitale Transformation? Es gibt eine Menge Begriffe, um das zu beschreiben. Digitale Transformation, Industrie 4.0, heute reden wir sehr viel von künstlicher Intelligenz. Das Buch ist 2020 entstanden. Insofern war damals künstliche Intelligenz schon ein Thema, aber nicht ganz so präsent, wie es in der Gegenwart ist. Das waren eben die Fragen, denen wir in der Tagung nachgegangen sind. Ein paar Autoren wurden gewissermaßen nicht in das Buch aufgenommen, ein paar andere wurden dazu genommen, dann auch in diesen Sammelband reingenommen haben. Also dieses Projekt haben drei Wissenschaftler von drei verschiedenen Fachbereichen gemacht. Das sind auch die drei Herausgeber, also Markus Hertwig, der ist an der TU Chemnitz Industriesoziologe. Peter Pawlowski, dort Professor für Wirtschaftswissenschaften gewesen, vor allem BWL, Personalwirtschaft. Und eben ich, ich war an der Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte als Assistent tätig. Und wir haben diese Tage realisiert, zusammen mit dem Fraunhofer Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie in Leipzig, die eben was daran beteiligt waren. Wie das bei solchen Sammelbänden so ist, ein bisschen ist auch das Inhaltsverzeichen so eine Art Parforce-Ritt über verschiedene Themen. Der erste Aufsatz, Cleometrics and the Evolution of Human Capital, betrifft die Frage, wann eigentlich Wissen verfügbar wurde. Und die Autoren, allesamt Wirtschaftsdrucker, zeigen eben, dass schon seit dem 16. Jahrhundert durch die Verbreitung des Buchdrucks Wissen plötzlich so billig und verfügbar wurde, dass die Behauptung, wir würden jetzt eine Wissensrevolution erleben, historisch jedenfalls Vorgänge hat, die man kennt. Thomas Schütz erklärt in seinem Aufsatz, reines Wasser, die wissenschaftliche Genese und ökonomische Realisierung von Umkehrosmose-Filtrationstechnologien, wie eine durchaus funktionierende und auch ökonomisch betreibbare Filtrationstechnologie es doch in der Wirtschaft nicht so ganz leicht hatte und es immer wieder Etappen gab, neue Versuche gab, sie zu realisieren. Es hat immer wieder geklappt, aber es ist am Ende nicht die dominante Filtrationstechnologie geworden. Marion Ronka, damals in der Schweiz tätig, beschäftigt sich mit den Verhandlungen um eine Schweizer Produktionsstatistik 1920 bis 1982, wo eben auch die Frage war, wie kann man eigentlich wissensbasierte Wirtschaft in eine Statistik integrieren, die ja eigentlich sich vor allem Produktionszahlen, Verkaufswerte, um Währung einfach um leichter, qualifizierbare Größen kümmert. Thorsten Posselt und Riyad Burayu, beide gehören zum Fraunhofer-Zentrum für internationales Management und Wissensökonomie in Leipzig, stellen die Frage, was es eigentlich für Ostdeutschland heißt. Man hatte Ende der 80er Jahre in der DDR eine Wirtschaft, die nicht so innovativ war, wie es in der BRD der Fall war. Und viele Länder, auch eben die ehemalige DDR, standen vor der Frage, wie man eigentlich eine wissensbasierte Wirtschaft gewisserweise kreiert. Denn das ist ja gewisserweise der Traum von Wirtschaftspolitik. Wie kann man eine Wirkswirtschaft schaffen, die auf Innovationen, auf neuen Technologien, auf idealerweise Patenten beruht? Thorsten Posselt, der Direktor des Fraunhofer-Zentrums, und Riyad Burayu thematisieren das am Beispiel aus Deutschland. Sabine Hoffmann beschäftigt sich mit Israel und widmet sich vor allem der Entwicklung und den Charakteristika des transnationalen Innovationssystems Israels. Denn Israel ist gerade auf der digitalen Ebene sehr erfolgreich gewesen, hat das durchaus Unternehmen mit hohem Wert gewisserweise erschaffen können. Und sie fragt, was die Voraussetzungen eigentlich dafür waren. Weil es Israel nicht nur politisch schwer hat, das ist klar, aber weil es eben auch kein sehr ressourcenreiches Land ist. Markus Hertwig, Industriesoziologe von der TU Chemnitz, auch einer der Herausgeber, beschäftigt sich mit den Paradoxien des technologischen Wandels im Zeitalter von Crowdsourcing und Industrie 4.0. Es geht ihm in seinem Aufsatz weniger um die Wirtschaft, sondern um die Beschäftigten, die sogenannten Clickworker. Wie ergeht es ihnen eigentlich? Es gibt ja die These, je wissensbasierter eine Wirtschaft, desto mehr profitieren eigentlich diejenigen, die man als Kopfarbeiter bezeichnen würde. Das war sehr lange das Vorurteil, das war auch sehr lange die Annahme. Wenn man heute guckt, wie gut es den Handwerkern vergleichsweise geht, muss man sagen, das ist dieser Fokus auf Kopfarbeit versus Handarbeit. Der hat doch eine dubiose Schlagseite, weil jemand, der mit den Helden arbeitet, ja auch trotzdem gleichzeitig für den Kopf arbeitet. Also diese Trennung von Kopf und Handarbeit ist eigentlich nicht so ganz zutreffend, aber er zeigt eben auch, dass diese Clickworker durchaus mit Problemen zu kämpfen haben, die es anzugehen gilt. Philipp Kliemann, er ist auch in der TU Chemnitz tätig, aber dort am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Frage, wie Industrie 4.0 in der industriellen Praxis genau aussieht. Generell bezeichnet ja Industrie 4.0 die Digitalisierung des Produktionsprozesses. Also Industrieproduktion ist schon häufig eine, die auf materiellen Ressourcen beruht, in dem Fall ging es um PKW und 4.0 meint eben, dass dieser Prozess stärker digital gesteuert und oder mitgesteuert wird. Das ist jetzt keine rein automatisierte Produktion, sondern es geht darum, wie Beschäftigte gewisserweise in einen Produktionsprozess eingebunden werden, der stärker digital überwacht wird. Und Nolens Wohlens zeigt Philipp Kliemann in seinem Beitrag einmal, dass da durchaus Effizienzreserven schlummern. Also beispielsweise kann man Autos oder auch viele andere Produkte schon vorher digital erschaffen und zwar auf eine Weise, dass man schon sehr früh merkt, ganz banal, wie komme ich bei einem neu gebauten Auto an ein bestimmtes Teil, wenn ich es austauschen will. Und das kann ja für den Produktionsprozess sehr wichtig sein. Wie macht man das auf eine Weise, dass man reparieren kann, dass man austauschen kann, dass es sich schlichtweg auch in der Praxis gut verhält. Der Professor für Wirtschaftswissenschaften Peter Pavloski hat zusammen mit Katja Werner, Stephanie Tietz und Julia Bressler überprüft bzw. sich genau angeschaut, wie ein Traditionsunternehmen eigentlich in der Digitalisierung bestehen kann. Es durfte im Aufsatz nicht aufgelegt werden, um welches Unternehmen es sich genau handelt. Im Kern ging es aber um die Frage, wie ein industrielles Standardprodukt auf eine Weise vermarktet und verkauft werden kann, dass man als Unternehmen davon profitieren kann und die Kunden natürlich auch. Die Frage war also, endet das Verhältnis zum Kunden in gewisser Weise mit dem Verkauf. Und man hört vom Kunden eigentlich nur noch, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas repariert werden muss oder wenn eine Garantieleastung in Anspruch werden kann. Oder bleibt das Verhältnis weiter bestehen. Etwa indem man Daten sammelt und weitere verwandte Produkte anbietet, indem man Software-Updates natürlich installiert, indem man immer wieder auch nachfragt. Also wir haben noch dazu passende Produkte, wollen sie eigentlich nicht auch die haben. Wenn man dem Aufsatz folgt, ist eine Verstetigung des Verhältnisses zwischen Produzenten und Kunden durchaus auch Ziel des Ganzen. Dass man sehr häufig voneinander hört und dass man eben auch weitere Dienstleistungen quasi kauft. Der letzte Aufsatz des Buches kommt von mir, Wissensbasierte Wirtschaft im Angesicht der Digitalisierung, eine Annäherung. Als Historiker bin ich immer etwas misstrauisch, wenn behauptet wird, ich stehe eine Revolution ins Haus. Wissensbasierte Wirtschaft, das vertrete ich so in einem Aufsatz, ist ein sehr altes Phänomen, was nicht im geringsten heißt, dass dieses Phänomen der Wissensbasierten Wirtschaft nicht immer wieder neu verändert wird. Aber eine Verstetigung beispielsweise der Beziehungen zwischen Produzenten und Kunden ist eigentlich, um mal ein Beispiel zu nennen, nichts Neues. Also es gab auch frühe Erwartungsverträge, Verträge bei denen immer wieder die Firma in Kontakt mit dem Kunden blieb und erfragte, wollen sie nicht noch andere Produkte haben, die sehr gut zu dem passen, was wir da haben. Was sicherlich neu ist, ist diese Möglichkeit, die Daten zu nutzen, um daraus neue Geschäftsmodelle zu generieren. Und es gibt auch die Idee, mal gucken, ob sie kommt, dass irgendwann Abo-Modelle kommen. Also ein banales Beispiel ist wahrscheinlich Software. Als ich noch jünger war, konnte man Microsoft Office einmal kaufen und dann hatte man das eben so lange, bis man beschlossen hat, man holt sich eine neue Version. Heute ist es möglich, einfach die Microsoft Office Software einfach im jährlichen Abo-Modell zu abonnieren. Vergleichbares ist ja auch mit Autos denkbar. Man kann ja auch sagen, man kauft sich kein Auto, sondern man kauft sich die Fähigkeit, gefahren zu werden oder zu fahren und hat dann entsprechende Carsharing-Modelle oder andere Möglichkeiten, naja, mobil zu sein. Das Ganze ist auch bei der Heizung theoretisch möglich. Man könnte eine Firma beauftragen, das Haus warm zu halten und warmes Wasser zu produzieren und nicht etwa eine Heizung kaufen. Und dann entscheidet unter Umständen das Unternehmen, was ist die beste Heizung, wie mache ich das effizient, weil man als Kunde einen festen Preis zahlt und das Unternehmen gewisserweise guckt, wie man das Ganze effizient macht, damit die Gewinnmargen hoch sind. Man könnte auch ein Unternehmen beauftragen, mein Auto zu bereifen und das Unternehmen stellt dann fest, wann eigentlich welche Reifen am besten sind für meinen Fahrstil. Das Unternehmen meldet sich, wenn neue Reifen dran müssen. Man kann sich da in der Theorie viel vorstellen. Bei Software gibt es das? Bei Autoreifen meines Wissens nicht. Bei Heizungen nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht gibt es da Fälle. Möglicherweise wird es auch nebeneinander sein, dass man sagt, die einen wollen die Heizung kaufen, die andere wollen einfach nur, dass das Haus warm ist und um den Rest soll sich jemand anders kümmern. Es ist auch die Frage, ob gewisser Weise digitale Produktion heißt, dass tangible Produktionsfaktoren verschwinden. Wir erleben ja gerade, dass die Frage der Energie plötzlich extrem wichtig ist und Energie ist ja durchaus ein sehr, sehr tangibler Produktionsfaktor. Und damit ist es uns gelungen, und da mache ich auch gerne Werbung für das Buch, dieses sehr vielschichtige Thema aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und wer sich für das Buch interessiert, ist sehr herzlich eingeladen, entweder zu kaufen oder, dass ihr das Schöne dabei beim Springer Verlag, über Universitätsbibliotheken Zugang zum E-Book zu erhalten, da gibt es häufig Lizenzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.